Im Ernst, ich komm da nicht mehr rein. Sticks, du bist nächster auf der Liste. Ich finde Quirberus' Lab bevor du. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Sticks, Master of Shadows, ja, ähm, wir verfolgen immer noch Sticks, der uns Klone alle tot sehen will und deshalb wollen wir den Sticks tot sehen, damit wir Klone der Sticks sein können, äh, wir klonen halt, weil die anderen Klone irgendwie nicht länger als eine Stunde halten und wir jetzt schon mehrere Tage, müssen wir ja irgendwas Besonderes sein. Auf jeden Fall wollen wir zum Schmugglerring, zu den Schmugglern halt, Schmugglerring, ich lese Sachen, die nicht da stehen. Äh, wir haben nicht mehr allzu viel Zeug. Sollten wieder mal einen Lebenstrank finden, das wäre ganz angenehm. Die Schmuggler sind da unten. Jetzt stellt sich mir die Frage, ne, da kann ich nicht einfach runter droppen, ne, das ist ja zu einfach. Hier vielleicht. Ja. Oh, da sind wieder die Käfer. Die Level sind auch recycelt, ne, das ist, man geht die ganzen Level jetzt wieder zurück. Hm. Ist ein Trick für den Spielemachern, damit sie halt weniger Arbeit haben. Finde ich persönlich nicht so toll, aber. Mein Gott. Wenn sie sich da durch Arbeit sparen, wie gesagt. Ja. Vier Meter noch. Oh, okay. Ich wundere mich, ob ein Tag der alte Pfarrer finden wird, was er schaue. Wahrscheinlich, er beginnt das gleiche Experiment jeden Tag. Also was? Es ist gut für das Geschäft. Er wird seine Distillationformula verändern. Aber hast du das Gefühl, Jahre, die gleiche Sache machen. Jeden Tag. Es ist... Und wir auch. Ist das nicht, was wir tun? Wieder wieder das gleiche Sache. Jeden Tag. Steine unter vier Wallen, außer wir auch. Wir sind auch bewusst. Shit. Toll. Dein Leben hat keinen Sinn mehr. Hm. Wir haben schon drei Messer mit, oder was? Ja. Schade. Kann ich von dem Versteck aus raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ist nur zum Abhören. Gut. Das heißt... Schmuggler... Was? Oi, Bodwin. Du bist derjenige Quäberus. Ich werde dir ein Monat von Fatigue-Duty gegen eine Woche für den alten Mann. Du bist so schrecklich. Ich habe nie so gut gegessen, seit ich ihn schaue. Keine Waffe. Ein Monat von Fatigue-Duty gegen eine Woche und wir haben ihn mit ihm zwischen uns. Geh, Mann, du Scheiße. Na, na, na. Ich hätte besser discreetly folgen diesen Bodwin. Aha. Darf ich dich nicht entdecken. Okay. Der Bodwin. Ah, Hilfe. Das passt gerade gar nicht. Discreetly. Geht da denn hin, der Bodwin? Wie will man den denn verfolgen? Ich meine, außer unsichtbar zu sein. Alter. Warum bin ich ja echt so leise? Er hört mich ja eh nicht. Schon wieder das Gleiche. Immer, wenn ich schleiche, werde ich automatisch auch leise am Spielen. Aha. Eine Geheimtür. So, this is where they're holding Quirberus. I got to get him out. Alive. Oh, Quirberus. I brought you your picture of Walter. I'll leave it there in front of the door. Hmm. Yes, yes. That's it. As you want. Jetzt? Darf ich dich töten jetzt? Da auch eine Leiche zum Experimentieren. Habe ich dir auch mitgebracht. Wie kriege ich jetzt das auf? Aha. Ja, cool. Wie kriege ich die Tür auf? Wissen wir sagen, man kann einfach oben durch, oder? Ja, kann man. Ja, kann man. Ja, klar. Ja. Ja. Warte, steht ein Lebenstrank und ein Manutrank. Ah, ein Dings. Ein Goldharz. Was? Ich kann den nicht nehmen. Gön. Jetzt nimm ihn. Hallo, Quirberus. Hallo, mein Freund. Hallo. Es ist Master Aaron, der Sie hier? Ich bin Angst, dass der Experiment nicht ganz satisfaktor ist. Amber ist definitiv eine unverlässliche Substanz. Ich habe dich zu befreien. Also, schau dir das, Papa. Was ist dein Name? Steven? Felix? Oder war es Manfred? Ich bin Angst, Manfred. Ich weiß, dass ein Gesicht wie deinem nicht schnell vergessen sollte, aber glaub ich, es gibt nichts persönlicher in ihm. Ich verletze mich alle, ohne Distinction, selbst die Schmerzen. Oh, großartig. Ich könnte ein Sticks geben, um jemanden, die seine Schmerzen verloren hat. Oh nein, ich habe nicht verloren, das distant past ist noch intact. Ich kann euch nicht erzählen, was ich heute Morgen ate, aber ich kann die mathematische Formulierung der Kurve und der Ideal Wingspan von einem Arkanash Airship. Du meinst, dass du die Airships gebaut hast? Natürlich. Ich habe alles hier entwickelt. Ich habe die Pläne des Atriums gemacht. Ich habe diese Tower für den kleinsten Detail gelegt. Das ist meine Masterpiece. Oh, jetzt verstehe ich. Ich höre, nicht mehr. Ich werde mich überprüfen, dass die Flüge klar ist, und dann können wir einen Ort sicher gehen, oder zumindest sicher sein. Ich werde mich überprüfen, dass die Flüge klar ist, dass die Flüge klar ist, oder nicht? Ja, natürlich. Das waren die Orte. Warte auf mich. Hilfe! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ja, genau. Ja, genau. Jetzt verbrennt mein Klon, oder was? Der war teuer. Ja, Kribberus. Serberus. Ah, 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 ah! Der war teuer. Wie, gibt es da ein Muster, oder was? Aha, 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 ah, ah, ha! Ich bin der Beste. Aktivieren. Deaktivieren. Perfekt. Schütze, Kribberus. Aha. Noch mal Schmuggler. Ja, krass. Wo sind die ganzen Wachen hin? Hat er. Nicht, dass ich sie vermisst hätte. Da muss ich rüber, oder was? Und jetzt? Kribberus, komm. Nee, das wollte ich gar nicht. Kribberus, komm. Jetzt brenne ich. Toll, der kriegstot. Was für ein Abgang. Okay. Ja, ja, das sollte nicht so schwer sein. Ja, schon geschafft. Easy. Trotzdem speichern wir da, nicht das, was passiert. Speichern. Der Architekt. Drei von vier. Aha. Wenn man mit ihm reden will, dann geht er weg. Ah, auf dem Weg darf keine Wache sein. Interessant. Interessant. Ja, dann speichern wir jetzt jedes Mal, bevor wir den schicken. Mal gucken, was passiert. Oh, passiert doch eh nix. Komm her, dann zeige ich dir, was das ist. Komm her. Komm her. Nicht. Traust dich nicht, ja? Komm halt, ich zu dir. Oh, der schläft. Kribberus. Äh, er erinnert sich eher nix. Egal, was ich mach. Oh, sieht sicher aus. Kerbi, kommen Sie. Nicht mal Schuhe an. Ich hätte den Entwicklern auch zugetraut, dass man ihn einfach tragen müsste. Der Kerberus. Aber so finde ich es ganz okay. Nur wo weiter weg könnte man denen vielleicht Hinweise geben, dass der weiter gehen darf. Das wäre toll gewesen. Wer pfeifen oder so. Oh, naja. Ist so, bis es ist. Speichern wir nochmal zwischen. Der kann gleich weiter. Ah, er will dann da rüber. Geh gleich. Geh. Hä? Hä? Nein. Nein. Nicht Kribberus. Nein. Wieso gehen die auf ihn? Ich mein, der ist auch wichtig. Na ja. Geh schon mal vor. Ja. So, erledigt. Ein Messer haben wir noch. Weiß nicht, ob es gut war. Aber ich glaube, es ist einfacher. Hätte auch hier rein spucken können. Wären wahrscheinlich auch alle gestorben bei. So. Der Crabberus möchte gerne hier hin. Genau in eine offene Tür. Ach, nee. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Boah, krass. So, du kannst schon mal weitergehen. Die erledigen wir mit dem Wurfmesser. Nein, das ist für dich. So. Crabberus. Weiter. Gleich nochmal weiter. Sprechern wir nochmal. Denn jetzt wird's hakelig. Der will hier hin. Und hier sind extrem viele Wachen. Jetzt erst mal rausfinden, wie ich die töten kann. Oder ablenken kann. Da drüben ist ein Wassersack. Den brauch ich mal auf jeden Fall. Den müssen wir vergiften. Ein Wassersack. Wassersack, das stimmt auch. Also. Das war's für heute. nochmal speichern ich weiß ich bin angsthase aber ihr wollt es ja nicht zehnmal sehen gleich hinter dem trägt ja auch nichts okay ja ernst ich komme da nicht mehr rein boah krass 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 muss einmal um den rum gehen dann so einmal ins wasser spucken krass leute einfach super leistung echt gut programmiert muss ich sagen richtig richtig gut programmiert schwierigkeitsgrad ist knackig on point so wie ihn keiner haben will halt da ist leicht die falschen safe Okay. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Ich glaube, du bist schon tot, du kennst das. Du hast einen Stuhl umgeworfen, das ist Todesstrafe. Geht gar nicht anders, muss mit dem Tod bestraft werden. Der blöde Stuhl, ächt jetzt. Und ihr trinkt jetzt alle aus dem Wasser. Nein, es gibt niemanden, niemanden. Ich habe nichts zu spät. Ja, okay. So, trinken die jetzt was? Krass, wie soll ich die da drinnen alle ausschalten? Wenn keiner was trinkt von denen. Kann ich irgendwas schweres runterwerfen? Kann ich die irgendwie ablenken? Also der hat mich einfach gestört. Also anscheinend trinken die ja nix. Oh, shit! Ja, kann doch nicht weit sein. Ja, ist recht. Leute! Also die trinken das vergiftete Wasser gar nicht. Das heißt, ich muss versuchen, den da durchzubuxieren. Das wird ein Spaß jetzt. Nee. Hat den gesehen, hat den gesehen, hat den gesehen. Bitte nicht. Ist er sich brav versteckt? Obwohl er gar nicht mehr weiß, was der Plan war. So, rüber. Geh. Oh, nicht so weit. Ich dachte, der geht nur bis hier hin. Komm, geh gleich weiter. Ach, er macht das Versteck auf. Okay. Ja, nice. Perfekt. Ach so. Ich hab die Wachen gar nicht alle erledigt und nicht, dass da jetzt noch einer steht. Okay. Querberus ist hier. Ich habe ihn gefunden. Gut. 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 Jetzt muss ich ihn questionen. Ich habe Informationen. Wie zu erreichen, das Herz des Bauches. Da muss man einen Weg geben. Komm, Rakesh. Mach ihn sprechen. Komm. Was? Ich habe das gesagt? Was? Was ich mit dem? Was ich mit dem? Ich bin nicht so, was ich mit dem Herz des Bauches. Vielleicht ein Fart, aber nicht so. Alles, was ich möchte, ist, finden Sticks. Und sehen seine Hände auf einem Platt. Das wird mein Geburtstag für mich selbst sein. Mein Rite des Passages. Ich habe vielleicht nachher, aber ich bin alle grown-up heute. Von jetzt auf. Ich erkläre, ich werde niemanden übernehmen. Und ich werde es schreiben in Sticks' Blut. Well. Happy Birthday, Rakesh. Happy Birthday, Sticks. Hier. Es ist dein Besuch. Ich habe es selbst erzeugt. Es ist großartig. Danke. 30 Winter. Ja. Es ist 30 Winter, seitdem deine Mutter dich in den Welt gebracht. Du bist ein Mensch. Von heute, du musst dich nicht mehr übernehmen. Du kannst dich selbst entscheiden. Du kannst dich selbst entscheiden. Du bist sicher, dass du weg bist? Ich bin sicher, Vater. Ich muss diesen Weg machen. Ich habe meine Initiativen. Ich werde ein wahrer Samen. Aber warum so far? Ich will sehen den Weltraum mit meinen eigenen Augen. Ich studiere den Ambel, der fliegt davon. Ich fühle mich so eine kraftvolle Kraft. Ich bin sicher. Jeg bin jetzt ein paar Jahre alt. Du bist nach Hause, holen. Ich versuche das. Ich versuche das. Mein Vater gab mir eine Dage des Tages. Warte, das ist unmöglich. Diese Erinnerung ist nicht meine. Ich habe kein Vergangen. Kein Vergangen. Sticks, er schwebt meine Gedanken. Das ist nicht meine Familie, das ist nicht mein Vater. Das ist nicht meine Erinnerung. Sticks, du blabber. Antwort auf mich. Du hast das gemacht, mich? Ah, wie ungrateful. Ich versuche dir, dass ich meine größten Erinnerungen verbrechen und du mich insultierst. Listen, Rackhash. Du hast mir gebracht, Quirberus. Deine Rebellion hat mir bereits geholfen geholfen. Du hast mich manipuliert für die letzte Mal. Ich bin nicht manipuliert, du. Ich frage dich. Du hast mir, Quirberus. Und warum würde ich das tun? Weil ich habe alles, was du möchtest. Ein Vergangen. Ein Name. Ich will nicht deine Erinnerungen. Ich will, dass du aus meiner Kopf auskennen kannst. Das kann passieren. Wenn du mir helfen kannst, mich zu erreichen, zu erreichen, du hast deine Freude zurückgebracht. Bring mir Quirberus. Bring ihn in meinem Laborator. Dein Laborator? Wie lange hast du in dieser Taube gehabt gehabt? Und wo ist dein Laborator? Du wirst alles wissen. Du wirst all das wissen. Jetzt, hurry. Ich warte auf dich. Was? Aber... Nein. Ich... Das Laborator. Aber ja. Ich erinnere, wo es ist. Ich denke. Ich weiß, wie ich da hinbekommen bin. Verdammt. Ich habe nie da nie. Wie kann ich das erinnern? Ja, mit diesem Rückblick verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.